Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen den Ninja Simulator. Heute wird es auf jeden Fall heftig, Freunde. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von der Merse möchtet. Dritt auf jeden Fall mal ganz so euer Handy, drückt auf die Glocke und jetzt die Spaß mit dem Video. Hey du Ninja! Hey, was geht ab, mein Lieber? Hey, warum hast du schon so ein cooles Schwert hier? Du hast so ein Goldenes. Ja, ich hab nämlich schon das Goldene und du hast... Alter, ich hol dich... Komm, trau dich doch raus. Trau dich doch raus. Und zack! Und zack! Du denkst, du bist in der besseren Linie als ich, hä? Das bist du aber nicht. Ey! Ja! Du hast auch schon ein anderes Schwert bekommen, ey. Ich hab nämlich schon das Goldene Katana. Okay, pass auf, du hast das Goldene Katana. Okay, pass auf, dann äh, wie kann ich denn bitte schon jetzt aufleveln hier? Also, du kannst aufleveln, indem du sozusagen einfach um dich schlägst und trainierst, ja? Oh Gott! Du hast schon wieder geschlagen, aber wo kann ich denn jetzt hier? Ach so, ach so, ich muss quasi schlagen und dann kann ich... ...auf der Stelle schlagen und dann kriegst du sozusagen immer so Stärke. Und umso mehr du, umso mehr du schlägst, umso bessere Schwerte hast du, umso mehr Stärke... Warum bist du denn schon so viel? Warum hab ich jetzt ein rotes Dus und ein goldenes? Hast du eins gekauft? Nein, ich hab schon ein bisschen gespielt, sag ich mal, ne? Du machst viel mehr Schaden als ich, ich glaub's ja nicht. Ja, ich hab einfach mal mega viel Schaden. Ich hab jetzt schon zwei Kills insgesamt, ne? Aber wie kann ich meinen Multiplizierer, äh, verbessern? Weißt du, wie das geht? Ähm, das kannst du nur, indem du ein besseres Katana bekommst. Ah! Du könntest nicht nur auf den Robux... Man, das ist viel besser als ohne Fehler! Das ist natürlich peinlich, dass du es überhaupt versuchst, ne? Und ich krieg hier gleich sogar schon das nächste Schwert. Ja, ja, pass auf. Ich sag dir gleich mal, wie es ist, ne? Ich werde jetzt hier eine geheime Attacke... Glaubst du dir was? Ne, ich werd mir nichts kaufen. Okay, ich dachte grad schon für Robux oder so, weil du kannst ja rechts auch noch, äh, Stärke kaufen, ne? Da kriegst du nämlich schon eins. Aber mein Multiplizierer ist immer gleich, ist das bei dir auch gleich? Äh, bei mir ist da fünf jetzt, und bei dir? Eins! Ne, ah, ist da oben eins, so eins. Ah, stimmt, wie verbessert man das denn? Ah, ja, gute Frage auf jeden Fall. Da oben mal fünf Stärke? Ne, warte, das ist unsere Stärke. Äh, irgendwas gibt es bestimmt... Ne, das ist nicht meine Stärke. Ja, meine ist mal fünf und drei, ne? Da oben ist so irgendwas. Okay, warte mal, wir müssen glaub ich nach oben oder sowas. Ah, okay. Da oben kannst du Ninja King werden. Äh, lol, was? Ja. Stimmt! Okay, warte mal, lass mal da rauf gehen. Oh, oh, es kann nur ein Ninja King geben, ist dir das klar? Ja, es ist mir klar. Und es gibt zwar nur mich! Mann, das ist doch unfair! Alter, hier gibt's viel mehr! Hä? Hier gibt's viel mehr! Wie, hier gibt's viel mehr? Alter! 40 Stärke jedes Mal, 40er Multiplier mal 5 Multiplier! Was? Alter, ich krieg 40, ich hab jetzt gleich schon das nächste und noch mal das nächste jetzt. Hallo, lass mich mal auch mal nach oben hier! Ich bin Ninja King! Lass mich auch mal nach oben! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! Bam! Und neu ist schwertfrei! Was? Das Diamantenkatana! Hier krieg ich auch mal fünf jetzt! Stimmt, du hast recht! Okay, okay, komm, wir lassen uns, ich lass' dich hier, ich lass' dich hier auch, komm! Hörst du auf? Ich krieg mal 60 Sekunden! Ey, pass auf, wo du hin haust! Ey, pass auf, wo du hin haust, ich hab' direkt ein halbes Leben verloren! Wow, wo du hin haust, du hast mich eben auch schon getroffen. Aber ich kriege nur mal 5, also ich kriege jetzt 5. Du musst, aber das geht gleich richtig schnell. Du bist gerade noch der King, geh mal ganz kurz hier weg. Ja, okay. Wenn ich jetzt King bin, boah, jetzt kriege ich plus 25. Was? Okay, dann lass ich dich mal ein bisschen schlagen. Wow, wow, wow. Bis wir gleich auf sind und dann können wir mal gucken, wer hier der bessere King ist. So, reicht der jetzt wohl oder was? Nein, ich habe plus 40 jetzt gerade mal. Ja, ich bekomme auch nur plus 40. Hä, du hast schon 1000 Leben, ich habe gerade mal 600. Hallo. Komm her jetzt, es kann nur ein Linger King geben. Nein, hör auf. Du hast die Krone, ich will die Krone. Lass mich. Ich will die Krone. Nee, hau ab, hau ab, hau ab. Du lässt mich jetzt sofort, du lässt mich jetzt hier in Ruhe alleine. Ich hab dich jetzt. Aua, du bist schon getroffen. Nicht mehr lange, nicht mehr lange und jetzt. Zack und zack, oh mein Gott, du hast auch schon hochgeschoben. Ja. Du machst gleich hier Schaden. Ja. Nein, hör auf. Ja. Sag mal den Appenbarm. Wo bist du, hä? Komm her. Nein. Ja. Ich bin der wahre Ninja King. Gar nicht. Du kommst jetzt sofort da oben runter. Ich kann nicht sein, da oben sogar ganz groß sein Bild. Kleiner Winzling, Kaspar. Kleiner Winzling. Glaub mir, glaub mir. Du wirst nicht mehr viel Leben haben gleich. Ja, bist du dir sicher? Nee, ich hab schon das nächste Katana. Ja. Was soll jetzt? Was? Hast du locker was gekauft oder sowas? Nein. Ich hab 1700 Leben schon, ne? Jetzt will ich dich mal sehen, wie du mich hier platt machst. Komm, eins gegen eins. Hast du dir was gekauft? Ich hab mir das gleiche Schwert. Ich hab nichts gekauft. Ich hab einfach nur extrem viel Bonus jetzt hier gerade. Hä? Sag jetzt mal still. Weil ich der King bin. Du bist nicht der King. Ich bin der King. Sag mal, wenn wir hier beide rumspielen, bringt das nichts. Ja. Aua. Wirst du jetzt mal bitte herkommen? Ja, wo bist du denn? Bam. Zack. Bam. Zack. Und zack. Und zack. Alter. Alter. Oh nein. Ja, wie fühlst du mich denn besser die ganze Zeit? Ja, weil ich der Ninja King bin. Ja, nicht. Okay, jetzt bin ich wieder da. Ist aber unfair. Ich wurde einfach gekriegt, ey. Ich bin hier oben. Und ich bin jetzt der richtige Katana. Nee. Du weißt doch ganz genau. Ey, ich seh schon, wie viel Stärke du hast. Du hast ja auf einmal mal 10 Stärke gekauft. Ja. Ey, du kaufst irgendwas für Robux. Was willst du gar nicht? Ich hab gar nichts gekauft. Ja, bam. Wow. Du bist jetzt so ein Assi, Alter. Ja. Du hast mir was gekauft für Robux. Ja. Das kann nicht. Was hast du dir gekauft? Ja. Ich hab das. Was hast du? Ich hab das Regenbogenschwert. Ich kann's nicht glauben, ne? Ja. Ich seh, jetzt kannst du ein Robux. Okay, warte. Gut. Hahaha. Du hast also das Regen... Hast du das Krasseste gekauft, oder was? Ja. Füllen von Robux? Bist du beknackt? Hahaha. Alter, warte mal. Kann ich da überhaupt gegen ankommen? Wo bist du, hä? Oh, schick auf. Ding. Wo bist du, hä? Ach, schick auf. Los, hol mich doch. Ja, hier bin ich. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Aua, oh nein. Alter, das macht dir ja gar keinen Schaden, hä? Warte mal, bleib mal stehen, okay? Ich will dich nur einmal schlagen, du. Ich will dich nur einmal schlagen. Okay. Hau ab jetzt. Ich will dich nur einmal schlagen. Ruuuah. Hey. Hey. Ja. Das ist voll unfair jetzt. Ich bin der richtige Ine, der King. Ja, weil du dir was geholt hast. Ich hab mir gerade mal für 100.000 Stärke gekauft. Ich hab mir gerade mal gekauft. Verkauf dir den für Robux. Siehst du, nirgends. Ja, du wirst mit dem Roblox King dich anlegen, hä? Aha, du weißt auch gar nicht. Mhm, okay. Alles klar. Alles gut, ne? Alles gut. Du wirst dich jetzt machen, hä? Ich würde jetzt hier reingehen in den Kreis und du wirst mich jetzt nicht einmal schaffen zu killen. Weil ich hier die ganze Zeit jetzt rumspringen. D-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d. Ah. Oh Gott, hau ab. Hau ab. Ich werde dich holen. Oh. Ich bin der Beyblade. Oh Gott. Oh mein Gott, du bist jetzt so geholt. Zack. Nein. In der Luft aufgeschlitzt in zwei Teile. Mann, ey. Lass mich mal eine Uhr da jetzt. Guck mal, da unten gibt es noch viel, viel mehr krassere Sachen, hä? Wie gibt es denn hier noch, hä? Und man kann sogar Doppelsprung machen, sehe ich gerade. Ja, dass du es jetzt erst siehst, ist ja wirklich peinlich. Was siehst du denn noch so für Sachen? Da will er mich holen! Da will er mich holen! Ich kann... Komm her! Ich hole dich! Nein, lass mich bitte! Lass mich bitte! Nein, nein, nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Wo bist du? Ich verstehe keinen Spaß mehr jetzt langsam. Alter, wieder kommt er von oben geflogen, ich glaub's nicht. Bam, bam, bam! Ah! Wo bist du? Ich will jetzt nur... Ja, ich will dich holen! Weg her, ja! Nein! Ich bin der wahre King! Ja, oh mein Gott, du bist jetzt so gut mit dem Regenbogen-Schwert! Bam, bam, bam! Ich hab' gar keine Chance! Komm her! Ey, obwohl du so ein krasses Schwert hast, bist du so schlecht! Ey, ich werde dich jetzt so holen, ne? Das würde mir zu denken geben! Ich werde dich jetzt so holen, Kassel! Jetzt aber! Zack! Ey, Mann! Hat er das krasseste Schwert gekauft und ist trotzdem so schlecht! Das würde mir echt zu denken geben! Also ich hab' dich schon so oft geholt und ich hab' schon 5 Kills! Zweimal oder so! Also wirklich peinlich! Also wirklich... Mit so einem krassen Schwert und dann noch so schlecht! Kann ich gar nicht... Oh Gott! Er hat eine neue Taktik! Ja, ja! Das kann ich gar nicht glauben! Das kann ich gar nicht glauben hier! Hier noch... Oh, Pappalate! Ja, easy peasy hab ich dich schon wieder geholt, ne? Ah, Kassel! Ja, ja, ja! Was willst du? Was willst du? Oh, mein Heft... Mein Schwert ist halt jetzt schon richtig heftig! Alter, natürlich ist dein Schwert heftig! Mein normale Schwert leuchelt jetzt schon! Da bin ich wieder der King hier oben! Ja, Platz zergangen, weggegangen oder wie das heißt? Also, ehrlich! Wenn du wüsst... Okay, pass auf! Ich komm jetzt hoch ohne Schwert, du darfst mich töten! Und nächstes Schwert! Geil! Alter, ich komm jetzt hoch und du darfst mich töten, Kaspar! Das mach' ich jetzt! Ich sag' mal so, du hast so ein krasses Schwert schon! Ich kann wahrscheinlich nicht mal was machen! Los, töt mich! Komm' mal her! Töt mich! 1,4 Millionen! Ich kann's nicht glauben! Was hast du dir... Was hast du dir gekauft? Was hast du dir gekauft schon wieder? Das Regenwogenschwert hab' ich mir nur gekauft, das war's! War's und du hast so viel Leben noch? Ja, ja, weil jedes Mal, wenn du dein Schwert auflevelst, kriegst du auch mehr Leben! Hä, wo kann man denn sein Schwert aufleveln? Achso, oben noch, meinst du? Ah, okay, okay, okay! Also, ich muss schon sagen, Broxo, du bist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich krasser... Hau ab! Hau ab! Du lässt mich jetzt... Du lässt mich jetzt... Du wirst mich jetzt nicht noch einmal killen, ne? Du wirst mich nicht einmal mehr treffen! Ja? Bist du dir sicher? Da mach' ich... Da mach' ich hier die ganzen Wiesensprünge! Da mach' ich hier den kleiner Randarch! Ja? Komm' mal her, Kollege! Wo bist du denn? Ich hab' ne Idee! Ah! Aha! Oh Gott, oh Gott! Lauf! Das Regenbungs-Schwert wird dich verfolgen, Kaspar! Oh, nein! Oh Gott! Oh mein Gott, du wirst jetzt so geholt werden! Wow! In der Luft! Was? Da wurdest du geholt von King Broxo! Das soll das heute Video gewesen sein! Ich hoffe, euch hat das gefallen, unsere Ninja-Aktion! Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von da mehr sein möchtet! Schreibt unbedingt die beiden Videos aus, Leute! Und haut da rein! Und bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!